Wann ist der richtige Punkt, um sich zurückzuziehen? Wenn du dafür sorgen willst, dass sie interessiert an dir ist, dass sie Lust auf dich hat, dass sie dich wirklich von Herzen liebt, dann ist es enorm wichtig, dass du lernst, dich ordentlich zurückzuziehen. Das heißt also, wenn du eine Frau auf der anderen Seite hast und du willst, dass sie sich in dich verliebt, dann ist es enorm wichtig, dass du dich zurückziehst. Egal, was irgendwer da draußen sagen wird. Wenn du nicht ordentlich zurückziehen kannst, dann wirst du merken, dass es nicht mit der Liebe funktionieren wird. Mit der Verliebtheit zumindest. Wieso? Und wieso machen es die meisten falsch? Weil sie es viel zu früh machen oder viel zu spät machen. Das heißt also, der erste Fehler, den die meisten machen, ist viel zu früh. Man lernt sich gerade erst kennen, du bist auf einer verdammten Dating-App und du schreibst beispielsweise mit deiner Frau und du ziehst dich zurück. Du schreibst sie innerhalb von 24 Stunden. Du machst dich rar, du machst sie interessant. Du tust so, als ob du keine Zeit hättest. Aber die Wahrheit ist, es bringt dir doch nichts. Du hast keinen Wert aufgebaut. Wenn du dir ein Auto kaufen willst, dann hast du eine Wert darin. Du siehst eine Wert darin. Und dann tust du alles dafür, um dieses Auto zu kaufen. Du arbeitest, du ackerst, du schuftest. Nur um dieses Auto zu bekommen. Und sollte irgendwie die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit im Raum stehen, dass du dieses Auto vielleicht nicht bekommen solltest, dann wirst du nervös werden. Warum? Weil du es unbedingt haben willst. Aber wenn diese Frau dich nicht mal haben will am Anfang, wenn sie nicht mal interessiert an dir ist, dann brauchst du sie nicht ignorieren. Dann brauchst du nicht so tun, als wärst du rar oder sonstiges. Denn du hast keinen Wert aufgebaut. Ich höre immer wieder mal, dass Männer sagen, ich habe sie ignoriert, ich habe mich rar gemacht, ich habe dieses getan, jenes getan, sonstiges getan. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Wenn du vorher keine Werte etabliert hast, funktioniert das auch nicht. Das heißt also, das Erste, was du tun musst, ist Werte etablieren. Wie etablierst du Wert? Indem du humorvoll bist, sie eine gute Zeit mit dir hat. Indem du flirtest, indem du Emotionen in ihr wächst. Indem du schöne Storys erzählst, in die Details gehst. Indem du Körpersprache benutzt. Indem du einfach dafür sorgst, dass sie eine wunderbare Zeit mit dir verbringt und diese nicht vergessen kann. Und du in ihrem Kopf bist. Wenn du das gemacht hast und du erstmal etwas vom Wert eingepflanzt hast und dann zurückziehst, dann wirst du merken, dass Anziehung besteht, dass Anziehung entstehen kann, dass ihr etwas fehlt. Aber das kriegen die meisten Männer nicht hin. Sie lernen eine Frau kennen, sie sind sofort extrem investiert und tun alles dafür, dass diese Beziehung funktioniert. Und dadurch haben sie keinen Raum, wo sie investieren kann, wo sie dafür arbeiten kann, den Wert zu bekommen und zwar nicht. Das Zweite, was die meisten Männer machen, ist es viel zu spät zu machen. Das heißt also, sie sind mit deiner Frau zusammen, verbringen Zeit mit dir, haben sich inzwischen längere Zeit kennengelernt, haben viel Zeit miteinander verbracht und die Frau hat gar kein Interesse mehr an dir. Sie riecht ständig deinen Mundgeruch. Sie hat ständig gehört, wie du auf Toilette gehst. Sie weiß, wann du zur Arbeit gehst, wann du zurückkommst und sie kennt jede Einzelheit von dir. Sie ist gelangweilt. Sie sieht keinen Wert mehr in dir. Du bist nicht mehr mysteriös. Du bist nicht mehr interessant. Und jetzt merkst du, es ist keine Spannung mehr da. Du merkst, dass sie auf dich zukommt und sagt, weißt du was, ich will das Ganze nicht mehr. Ich mache jetzt Schluss. Ich glaube, ich muss meinen eigenen Weg gehen etc. Und du denkst dir, nein, ich mache mich jetzt rar. Ich verschwinde jetzt. Heißt, ich tauche jetzt nicht mehr auf. Ich bin jetzt interessant und all dieses Zeugs. Aber die Wahrheit ist, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil du einfach keinen Wert hast. Du hast keinen Wert in ihren Augen. Das bedeutet also, sie will dich gar nicht erst in erster Linie. Deswegen bringt es auch nichts, sie zu ignorieren oder zu verschwinden. Heißt also, du musst erstmal dafür sorgen, dass du wieder der Alte wirst. Du musst dafür sorgen, dass du wieder flirtest, dass du Spannungen aufbaust, dass du interessant bist, mysteriös bist, dass du all diese Dinge tust, dass sie deinen Mundgeruch vergisst, dass sie vergisst, wie du auf Toilette gehst, dass sie vergisst, wie du zur Arbeit gehst und zurückkommst und vergisst, wie sie dich berechnen kann. Denn sie weiß ganz genau von A bis Z, wie du tickst. Das darf nicht sein. Sie muss das Gefühl bekommen, warte mal, was macht er da? Mit wem ist er hier? Hat er vielleicht der andere? Wie fast passiert hier gerade? Warum verschwindet er ständig? Was ist hier los? Was ist da los? Und das musst du nicht die ganze Zeit machen. Es geht darum, das zu bestimmten Zeitpunkten in deiner Beziehung beispielsweise zu machen, damit Spannung erhalten bleibt. Und wenn du dich dann zurückziehst, dann wird das Ganze verzehnfacht. Verstehst du? Die Anziehung und Spannung wird verzehnfacht. Wenn du flirtest, wenn du locker bist, wenn du entspannt bist und sie Wert an dir sieht und dann weg bist, dann wird sie sich denken, okay, was macht er jetzt gerade? Wo ist er jetzt gerade? Warum ist er gerade nicht hier? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Hat er irgendwie eine andere? Ist irgendeine andere besser als ich? Was muss ich tun? Ich sollte ihn anrufen. Ja, und sie investiert, 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 investiert. Und wenn das passiert, dann hast du gewonnen. Das heißt also, der dritte Punkt ist, etabliere Wert. Wie etablierst du also Wert? Wenn du an diesen Punkt gekommen bist, wo du am Anfang bist und noch nicht interessant bist oder am Ende, dann geht es vor allem darum, erstmal dafür zu sorgen, dass du Wert hast. Und am Anfang wird sie immer mehr Wert haben als du oder am Ende wird sie mehr Wert haben als du. Sie sieht sich ja über dir. Warum? Weil sie gejagt wird. Weil Männer sie ständig haben wollen, weil Männer interessiert sind, am Anfang beispielsweise, weil viele ihr schreiben, weil viele mit ihr Zeit verbringen wollen und du nur einer davon bist. Und du musst irgendwie zeigen, dass du keiner von den Clowns da draußen bist, die sich ebenfalls zum Affen machen. Und wie machst du das? Indem du Emotionen auslöst. Du musst dafür sorgen, dass sie mit dir eine wunderbare Zeit hat und diese wieder weggenommen werden kann. Stell dir mal vor, verbringst jeden Tag deine Zeit damit, dass du zur Arbeit gehst, nach Hause kommst, dasselbe, isst und schlafen. Und es ist langweilig. Und jetzt deine Frau in dein Leben, die dich emotional so aufweckt, dass du dir denkst, du hättest einen Schlag bekommen. Und dann ist alles wieder weg. Und jetzt denkst du dir, okay, was ist gerade passiert? Was war das für ein Kick? Wo kam das her? Wieso war es so schön? Und wo ist es hin? Wenn das passiert, dann wirst du süchtig und verliebt. Verstehst du? Und genau dasselbe musst du ebenfalls bewirken. Wenn du das nämlich machst, dann wirst du merken, dass sie verrückt nach dir wird. Und wenn du das schaffst am Anfang, egal ob du über den Text oder über die Dates, dann wirst du merken, dass sie wirklich mit dir zusammen sein will. Und das Zweite ist, später in der Beziehung, wenn ihr zusammen seid und gemeinsam Zeit verbringt und alles zu selbstverständlich geworden ist, dann ist es eben wichtig, dass du wieder zu dem alten Kerl wirst, dass du dafür sorgst, dass du flirtest, dass du sie neckst, dass du sie ärgerst, dass du Abstand gewinnst, dass sie dich öfter dabei sieht, wie du deinen Drive auslebst, deine Sachen verfolgst, deine Mission, mit Männern Zeit verbringst, sie Status haben und all diese Dinge. Dass sie sieht, dass du florierst und dass sie das nicht einfach so haben kann und dass das nicht selbstverständlich ist und dass du nicht sofort alles stehen und liegen lässt und sofort wieder bei ihr bist, wenn sie einmal ruft, sondern dass du wieder der alte Typ bist, der weiß, was er will, in die Umsetzung geht und sein Leben lebt, so wie er es haben will. Und wenn du dann zurückziehst, dann wirst du merken, wie unfassbar mächtig das Ganze ist. Denn wenn du es nicht tust, wird sie es tun und sie wird zurückziehen und du wirst am kürzeren Hebel sein. Und dann wirst du dir denken, warum fühle ich mich nur so grottig und emotional schlecht. Wenn du also bereit bist, deine emotionale Abhängigkeit zu beenden, herauszufinden, was du als Mann willst, in die Umsetzung zu gehen, Menschen in der Leben zu ziehen, die wirklich dir und deinen Werten entsprechen, klick auf den Link in der Beschreibung und trag dich für das Mentoring ein, damit wir eins zu eins zusammenarbeiten. In dem Sinne, nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund und wir sehen uns auf der anderen Seite. Let's fuck go, Jeff. 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 Vielen Dank.